Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern an den Kapitalen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Der DAX begann den Tag bereits tief im Minus und lag zeitweise nur knapp über der Marke von 15.000 Punkten. Am Ende schloss er bei 15.132 Zählern, das ist ein Minus von rund 2,3 Prozent bzw. 258 Punkten. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, wenn der DAX montags abstürzt, hoffen Anleger gerne auf einen Turnaround Tuesday. Wie berechtigt ist denn diesmal die Hoffnung? Ja, in der Tat rechnen wir an diesem Dienstag erst einmal mit einer Stabilisierung beim Deutschen Leitindex und somit dürfte es zunächst mal Richtung 15.200 Punkte wieder für den DAX gehen. Aber die Inflation, Konjunktur, Sorgen und eben auch die Sorgen um den Immobilienkonzern Evergrade, dass es da womöglich einen Zahlungsausfall geben könnte und das natürlich dann ja ordentlich Konsequenzen mit sich ziehen würde von Seiten eben des chinesischen Konzerns, ist ein Belastungsfaktor und somit ist hier schon auch weiterhin viel Unsicherheit im Markt. Wirft man jetzt einen Blick auf die heutigen Vorgaben, nach wie vor kein Handel beim Shanghai Composite. Der Nikkei holt das nach, was gestern schon so ein bisschen vorweggenommen wurde. Das heißt, dieser ist doch deutlich über anderthalb Prozent im negativen Bereich und auch beim Hang Seng sehen wir noch einmal rund ein halbes Prozent an roten Vorzeichen. Beim DAO ebenfalls ein schlechter Start in die neue Handelswoche. Da ging es gestern um 1,8 Prozent nach unten. Zeitweise der DAO auf dem tiefsten Stand seit Ende Juni. Aber auf diesem niedrigen Niveau haben sich dann schon wieder Käufer gefunden und natürlich heute startet die FED Leitzinsentscheidung. Morgen bekommen wir dann die Ergebnisse und somit richtet sich der Fokus jetzt natürlich auf die US-Geldpolitik. Vielen Dank, Franzi. Ja, so war also der Ausblick auf den Handelszag in Frankfurt. Kommen wir zur Markt.de, die ist heute die GEA Group. Die Aktie der GEA Group hat sich seit Mitte Juli stark entwickelt. Zuletzt hatte der Maschinenbau einen der größten Aufträge der Unternehmensgeschichte an Land gezogen. Jetzt scheint der Kurs allerdings in den Korrekturmodus überzugehen. Gestern rutschte das Papier auf ein Drei-Wochen-Tief. Im Fokus stehen jetzt auf der Unterseite drei wichtige Unterstützungszonen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de Und schauen Sie auch auf www.trader21.de. Dort finden Sie alle Informationen zum Online-Börsenspiel Trader der Societe Generale. Der Hauptpreis ist ein Jaguar I-Pace. Spielende ist am 29. Oktober. Das war die aktuelle Ausgabe von ADS Daily TV. Vielen Dank für Interesse und bis morgen. Sie sind auch in diesem Tag geradeaaaaan. photography finanzieht